Jetzt spiele ich mit dem Ball und ich bin wieder ein Fußballspieler zu sein. Es fühlt sich sehr gut an. Und ich weiß ja, dass dein Deutsch gar nicht so schlecht ist, aber ich glaube, wir reden lieber ein bisschen in Englisch weiter. Ich denke, es ist besser. Okay, Matteo, während ich deinen Kaffee zubereite. Es ist so gut, dich wieder auf dem Tisch zu sehen. Wie fühlt es sich?